Alex Taft, es ist schon das Rückspiel gegen die Legionäre mit dem Spielplan dieses Jahr. Ihr seid gut reingekommen, 4 und 2. Wie zufrieden bist du bisher mit der Saison? Ich bin sehr zufrieden soweit. Wir haben einfach gut in die Offseason trainiert, gut vorbereitet und das hat soweit gezeigt. Ihr habt beim Hinspiel ein Spiel gewonnen gegen die Legionäre, spät nochmal gedreht im ersten Spiel. Hat sich ja Selbstbewusstsein gegeben da zum Saisonstart? Ja klar, wir haben hart gearbeitet für dieses Gewinn und ich erwarte heute nur ein knappes Spiel, ein Spiel wo wir hart kämpfen müssen. Denke ich auch wird sicherlich spannend werden wieder dieses Wochenende. Ihr habt insgesamt das Team zu großen Teilen zusammenhalten können, habt euch noch mal ein bisschen verstärkt und steht im Moment in der oberen Tabellenhälfte, da wollt ihr am Ende des Jahres auch stehen. Ja klar, ein Roadtrip in Mainz hat uns gut zusammen geschweißt. Ich bin gespannt wie es läuft heute. Wie gesagt, Regensburg ist immer stark. Starkes Pitching und gutes Line-Up auch. Wir müssen gut spielen heute. Dann freuen wir uns auf einen tollen Baseball-Abend. Morgen ein schönes Spiel 2. Viel Erfolg euch. Danke dir. Danke dir auch.